Gottfreak und Frederic Es gibt nur gute und schlechte Entscheidungen Du musst ne gute getroffen haben Sonst wär dir nicht diese Schatzkiste voller Chrom in den Schoß gefallen Mir gefällt wie du das siehst Schatzkiste voller Chrom Ich lass noch kurz Mini natürlich Ist hier etwa noch Loot zu finden Hier ist Geld Keine Panik Leute, ihr verpasst nicht so viel Es ist gerade das Beat von eben Hier ist Geld Hier ist ein Laptop Hier ist noch mehr Geld Ich seh hier kein Kein Chrom Also irgendwie Ich renne hier gerade noch mal durch Oh Mini, willst du nicht? Mäuschen möchte nicht, na gut Na gut Ich guck mal gerade ob hier noch Ah, kann ich nicht Bräuchte ich noch mehr technische Fähigkeit Ob sich hier noch Loot verbirgt Aber Ich mein hier hinten war so das Ende Aber hier war auch nischt Nö Ach Na gut Ähm Ba 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 Lange Rede gar keinen Sinn Wir machen weiter, wir suchen weiter, wir suchen die Quest Die Quest bei der Hand of Blood Äh Voice Actor gemacht hat Voice Acting gemacht hat Ich fahr einfach mal hier bis raus So, jetzt holen wir auch nochmal ein Auto Hoffe ich Die spawnen einfach nicht, aber warum? Hm Auch das, auch das Motorrad nicht Ah Muss ich jemanden anrufen jetzt dafür? Nee, ist doch Schwachsinn Ist doch eigentlich Schwachsinn Hm Hm Na gut Aber laufen wir jetzt auch ziemlich weg Not gonna lie Wir müssen uns irgendeinen Fahrbahnuntersatz krallen Irgendwas müssen wir mitnehmen, Leute Ich weiß, da stehen Cops, aber Sind wir ehrlich? Wann hat mich das aufgehalten? Wann hat mich das schonmal aufgehalten? Wann hat mich das schonmal aufgehalten Ah новые die w bastante Stehen bleiben Stehen bleiben Schön stehen bleiben Stehen bleiben Stopp Stopp Halt Oh warte Das sind noch mehr oder das Okay, warte, warte, warte. Äh, gib mir mal... Nee, nee. Okay. Habe ich vielleicht verdient? Ach, komm, gib mir den hier. Gib mir den. Nichts haben sie mir versprochen. Ich will einfach nur eine Quest finden, okay? Das ist nichts Persönliches. Falls jemand im Auto ist... Da ist noch einer am Auto hinten. Das ist ein bisschen awkward. Äh, falls ihr wisst, wo die ist, die Quest genau. Gerne Bescheid geben. Ja. Gerne, gerne Bescheid geben. Ja, alles gut. Steig aus, ist mir egal. Ich mach jetzt seinen... ...mal nicht platt. Ich war im Gebiet immer noch feindlich. Oh, 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 oh. Sorry, 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 sorry. Guten Tag, hallo? Hi. Hi. Ja, schü- Ja, hallo. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Alles gut, Auto geparkt, wie ihr seht. Alle richtig gemacht. So, jetzt folgen wir der weißen Linie, weil die bringen uns ein bisschen raus. Das soll schön was mitnehmen. Wobei, ich glaube, sind wir hier nicht vorhin auch schon durchgefahren? Na ja, vielleicht sieht's auch noch gleich aus, ähnlich aus. Nein, chill, 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 chill. Sorry, sorry, sorry. Ich wollte nur hupen. Falter Button. Da sind Kameras und shit. Die Autoshock. Ja, Draco. Ich hab mir auch überlegt, ob ich den Zorn weg mache. Ich kann den Anime auch nur wärmstens noch mal empfehlen, Leute. Falls ihr nicht gesehen habt, falls ihr Bock auf das Cyberpunk-Genre auf diese Welt hier Bock habt. Gönnet euch. Und falls ihr wisst, wo diese Kurs ist. Das ist aber nie sehr ansehnlich hier. Nein. Irgendwo muss es doch sein. Was war das schmutzige? Something, something? Irgendwas mit schmutzig. Irgendeine schmutzige Quest. Wo find ich die? Wo find ich die? Verbrechensmeldung. Hier oder was? Ja, nee, muss jetzt... Nee, muss... Also, nö. Muss ich jetzt nicht mitnehmen? Barely illegal? Das sieht doch... Hier find ich doch eine Hand of Blood Quest. Glaub ich. Razor. Aha. Okay. Okay. Ja. Was? Der hat sich hier abgespielt. Wer hat wen betrogen? Ich kann die Notbremse ziehen. Ach, schön. Alter, was war denn hier für ein Massaker los? Also, was? Also, Moment. Moment mal. Wir haben doch irgendwo unsere Splitter. Also, Moment. Also, erst mal. Razor ist eine besondere Machete. Okay. Okay. Kann ich die werfen? Kann ich nicht. Schade. Aber das ist doch hier unten pinker... Okay. Ah, okay, okay, okay. Warum auch nicht? Schaden. 32, 29, 29. Dann gib mir den, bitte. Okay. Wilden Scheiß, den wir finden. Hatte ich da etwa ein gutes Submaschine-Gun? Fenrir. Kugel verursachen Schockschaden und es besteht die Chance, gegnerische Cyberware zu deaktivieren. Bei Armleck, diese Waffe pissen, Marsch, strömmer sich vor Angst in die Leitung. What the fuck? Wann haben wir die mitgenommen? Oh. Hallo. Gegen Mahlstrub. Ja, nice. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So. Ich dachte, hier wäre eine Hand of Blood Quest. Fehlanzeige. Äh, ich google das einfach mal ganz kurz. Schmutziges Geschäft, den und Ort. Images. Ein schmutziges Geschäft. Da. Wir waren schon richtig nah dran. Nein. Ah, yikes. Okay, hier. Ah, das ist ja auch echt am Rand von North Side. Äh, das ist ja... Naja, gut, okay. Na gut. Haben wir mal einen Abstecher gemacht, ihr Lieber. Ah, wir sind hier seit Sieg. Hier ist... Fabrikgelände hier. Reaktor dort. Na ja, hat er mal mitgenommen. Hat er mal mitgenommen. Gut, und wir haben hier so eine pinke Mahlstrub gefunden. Sieht speziell aus. Ist das so hell... Ja, hier irgendwas. Ne, machen wir nicht. Ne, Missionen haben wir heute schon fleißig mitgenommen. Gut. Wir wollen jetzt noch die wichtigen Sachen. Ich... Ich war ganz nebenbei. Zack, so. Ähm. Ich will noch gucken, dass wir auch die Mainquests weitermachen. Beziehungsweise, dass ich mir dann vielleicht mal was zu essen... Äh, kläre. Ein bisschen was. Panaboliere nebenbei. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ah, der fährt sich nicht so geil. Jesus. Nein, hier ist Bella. Nein. Oh, ein halber Panzer hier. Das ist schon ein halber Panzer. So, genau. Kannst du nicht rausfinden, wo sie bekommt. Alles gut. Ich habe ein Bild gerade gefunden, aber auch nicht Image Search, sondern auch Game Info Radar irgendwas. Something. Oh, warte mal. Ich kann die Fast Travel. Das ist ein Punkt in der Nähe. Ja. Machen wir kurz. Psst. Oh, und by the way, wenn du die Quests machst, kannst du bestimmt noch weitere Stimmen erkennen. Ich will noch nicht verraten, wer es ist. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Dass da Hand of Blood am Start ist, ist doch einfach schon mal 10 out of 10 hier. Ist doch einfach schon mal genial. Wir gucken, wer noch dabei ist. Ich habe Bock. Ich habe Bock. So, das ist jetzt da drüben. Schaffe ich das hier vom Parkour her? Ich glaube, ja. Warte, warte, warte. Nee. Frick. Frick. Was ist der Frick? Ja, okay. Nee, nee, nee. So hoch kann ich nie springen. Damn. Aber da sehe ich uns. Da sehe ich uns. Ja. Shinobi. Mal cool laufen. Das ist alles Erfahrungspunkte. Alles Erfahrungspunkte. Das ist wie ein Skyrim, ne? Machen und du kriegst Erfahrungspunkte dafür. So. Jetzt hier einmal querfeld ein. Hier muss ich aufpassen. Jetzt tief runter. Ach nee, ich muss doch gar nicht lang. Nevermind. Ich hätte hier schon wieder Mist gebaut. Masala Studios und Data Inc. Da drüben müsste es irgendwo sein. Mhm. Hier irgendwo soll das sein. So, warte. Wir schauen nochmal auf die Karte. Ich schaue nochmal hier auf die Karte. Oder ist das... Nee, warte mal. Ah, ich Esel. Ja, okay. Hm. My bad. Ah, die haben gar keine Angst vor der Waffe. Shit, 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 shit. Street crit. Ja, da waren so zwei Elkins auf dem Bild, was man sieht. Das eine war nur ein Cursor. My bad. My bad. Äh, so. Ich glaube, das ist der Ort, an dem man die Quest erfüllt. Ah, das Ende quasi. Okay, haben wir auch schon mal quasi gesehen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, wir laden mal hier Rebeccas Waffe nach. So, hier irgendwo. Schmutziges Geschäft. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Das hier klebt du mal nie? Jaja, Studio. Über ein Stacheldraht hüpfen? Schmutziges Geschäft. Ich finde das... Wie, hab einen eher unschönen Auftrag für dich. Bryce Stone. Dieser Fernsehprediger? Sein Sohn wurde ermordet. Um den Mörder zu schnappen, musst du an den Original B.D. rankommen, der während des Mordes aufgenommen wurde. Ja, das hast du leider richtig gehört. Mehr Infos schicke ich dir mit. Alright. Dann waren wir ja schon richtig nah dran. Na gut. Ich bin gespannt. Ich bin ja richtig. Ich freu mich gerade einfach nur. Oh, 13 gewaltsam öffnen. Machen wir mal lieber so, ne? Alles gut, Kumpel. Alter, sagst du die Insekten? Alter, bitte isst die nicht. Nein, er isst sie. Ach, komm. Kurzschluss. Speicherboost. Okay, what the fuck. Kurz bevor er... Klar, Junge. Sonst fühlt sich's an, als würde man ein Kissen abstechen. Godfreak on Fredrik. Okay. Ein Bild zurück. Erweitere Schmerzfeedback und Eisengeschmack. Freddy Boy, du hast echt drauf. Aufwachen, Gentleman. Zu weit weg, um uns zu hören. Immer mit der Ruhe, okay? Wir tunen und verkaufen nur. Wir drehen nichts davon, wirklich. Wir finden eine Lösung. Sag mir einfach, was du willst und wir finden das für dich. Okay, okay. Kann er nochmal reden? Was ist das hier, euer kleines Familiengeschäft? Die Leute kaufen, wir verkaufen. Geschäft ist Geschäft. Nee, also die stimme nicht. Suchst du nach was bestimmte... Das ist Hanno. Wenn wir's nicht tun, dann tut's ein anderer. Willst du was richtig Hardcore-mäßiges sehen? Wir geben den Leuten da draußen nur, was wir wollen. Das ist alles. Ah, das ist Gronkh. Oh, lol. Ich fand auch Hanno, ich muss nochmal einen dritten Satz hören, ne? Weil von seinen Videos so, das Mikro ist schon anderes, ne? Das ist aber ihn doch, doch, erkannt. Aber bei ihm, Gronkh, nee. Wir verwenden den Drops, okay? Sie liefern, wir holen ab. Das war's, ich schwöre. Ja, okay, okay, okay. Expedie von einem Predigersohn. Herr Mordet. Das ist cool. Das ist cool, Mann. Äh, welcher Prediger? Haben gerade eine Lieferung mit Jungs reingekriegt. Weiß nicht, wie die Daddys heißen. Da brauch ich mehr Infos. Bryce Stone, einer von N54. Sohn hieß Bobby Stone. Zwölf Jahre alt, als er starb. War er schwarz? Weiß? Latino? Irgendwas Auffälliges. Wie wurde er umgebracht? Papa, ich glaube, ich weiß, welchen er meint. BD-9430. Gib mir diesen verfickten Braindance. Sofort. Ja, ist ja gut. Beruhige dich. Beruhige mich. Nimm ihn einfach. Freddy. Er ist gleich hinter uns. Dort auf dem Regal. BD-9430. Der ist es. Nimm ihn einfach. Und jetzt geh ich wieder. Mann, ich lass euch am Leben. Aber coole Nummer. Coole Nummer. Ist ja noch was an Loot. Sind hier irgendwelche Informationen. Hey Godfrey, ich brauche neue Ausstattungen zum Tune von BDs. Was würdest du mir empfehlen? Darf aber nicht zu teuer sein. Aha, von Godfrey Pressen. Hi Max. Ja, 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 ja. Nase verstopft. Aha. Dateien. Neu, sexy, heiß. Tiere, Menschen, Leichen. Luminapin. Aha. Kinder gezwungen. Tod. Ah, Dickie. Nein, 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 nein. Ende weg von den Kindern, Alter. Jesus Christ. Wir sagen keinem, dass du da warst. Wir schwören's. Besser ist es. Besser ist es. Freundchen. So. Oh, Hallöchen. Was haben wir denn hier Schönes? Braindance-Veröffentlichung. Lesen. Ach du Scheiße. Sorry, nee. Razor. Dann haben wir noch blaues Loot. Mhm. Alright, okay, Jungs, ich geh wieder. So. Hinterlege die Aufnahme am Übergabeort. Wird gemacht, Chef. Oh, guten Tag. Ich bin schon wieder im Gebiet, in dem ich nicht sein sollte. Ich bin schon wieder im Gebiet, in dem ich nicht sein sollte. Aber ich geh auch wieder. Tschüss. Hey, 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 hey. Du willst das nicht. Wo bist du überhaupt? Da bist du. Nein, du willst das nicht. Ich mach dich jetzt einfach auf Distanz kaputt, okay? Scheiße. Lass mich in Ruhe. Mission hinterlegen. Later. Danke. Ich hoffe, dass man so den Wichser findet, der das aufgenommen hat. Auftrag abgehakt. Alright. Coole, kleine Nebemission. Gefällt mir. Gefällt mir. Moin. Hallo, Leute. Und 3000, Alter. 3000. Schönes Brett. Ja, sowas nimmt man mit. Sowas nimmt man mit. Äh, jetzt mal hier. Play it safe. Geh anderen Hinweisen nach. Achso, hab ich dafür schon Punkte auf der Karte? Muss ich schon? Achso, oder muss ich? Ne, warte mal. Ne, ne, ne. Stopp, 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 stopp. Ähm. So, tja. Da mich niemals zu Saburo Arasakas Beerdigung eingeladen hat, muss ich mir wohl mit dieser traurigen kleinen Parade zufriedengeben. Ich brauche nur noch Konfetti. Aber im Ernst. Takemura muss lebensmüde sein. Er will einfach von vor allen Augen auf Hanakos Wagen springen. Von mir aus nur zu. Wir kümmern uns um die Scharfschützen. Halt derweil die Augen nach einem Fluchtweg offen. Das wird alles so verdammt schief gehen. Ich spüre es. Äh. Hast du schon die Missy mit Hand of Blood? Jaja, die haben wir gerade gemacht, Rio. Die haben wir gerade gemacht, du. Gerade gemacht. Und muss ich jetzt hier... Gehe anderen Hinweisen nach. Muss ich jetzt eine andere Mainstory machen? Ne, ich muss einfach eine andere Mission machen, ne. So, der meldet sich nach einem Tag. Ah, wir sind gerade durch, du. Gerade durch. Aber keine Panik. Ich mache, ne. Daraus Videos. Wird hochgeladen. Dies, das. Ah. Beziehungsweise. Kannst du dir selber gönnen, du. Ne, Cyberpunk. Willst du auch am Zocken. Gönn dir, gönn dir, gönn dir, du. So, und ich gönne jetzt erstmal hier Auto. Komm. Okay, es ist verbuggt. Das funktioniert nicht. Bleib im Kleister. Ich bräuchte ein Auto. Wenn hier nur ein Auto stehen würde. Wenn hier nur ein Auto stehen würde. Nicht ping. Wenn hier irgendein Auto. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwas, was man nehmen könnte. Hey, die Polizei, dein Freund und Helfer. Die Polizei, dein Freund und dein Helfer. Leute. Die Polizei, dein Freund und 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 dein Freund.